Ich mach mal einen Rabatt auf den Face-Bomb. Du rennst keine Fans. Do your fucking job till the end. Bitte! Bitte klebt das! Bitte klebt das! Warum mach ich das? Warum mach ich das? Hör dir doch mal los! Schaue die doch Fusion zu sehen! Das ist ein Wiener, nur deinem Wiener. Als du, wenn du das längst bin,st du nicht so Attro. Willkommen! Die EPi Länder-Jруle-Jour-Jour-Jour-Jour-Jour-Jour-Jour-Jour-Jour-Jour-Jour-Jour-Jour-Jour-Jour-Jour-Jour-Jour-Jour-Jour-Jour-Jour-Jour-Jour-Jour-Jour-Jour-Jour. nein so einfach das moment okay doch einfach bei bombe laufen man hat was geschickt dass man schöne grüße von der nachtwanderer ja es tut oh na wei war a see the car what come to the day a church where everybody is happy and everybody wants to write a poem and read some books and maybe have some relationships this is a good club because wrong man can't stop singing because he really is an ass what are you doing their roman i don't know because i am weird here what the that was a fact that was a fact he 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 fuck the cd oh da ist 13 rucksack glaube ich ich komme nicht dazu ich muss steppen ich für jeden für jeden euro bekommen würde wäre ich jetzt stinkreich nein eigentlich nicht hauptsache von dem stream von kilian ich komme kurz rein schreibt einen satz und er direkt frontet mich wieder wie kann man sich nur lukas denn ah man muss doch zwei monate warten dann kann ich wieder zurück nennen das das ist eigentlich viel für drecksbuden das war ein facebook oh lol bad choice i don't care ich habe nicht gespeichert oder das tut mir leid ich weiß nicht warum aber sie 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 hat sich so hassbar gemacht sie sich so hassbar es war so ein nerviger beschissene charakter und ihm es ist juckt mich wirklich nicht es juckt mich echt nicht gerade keine ahnung nerviger charakter ist nervig das coole ist auch hierbei ich habe jetzt ein boot hier craften weil es nur gravity ist wenn ich mich in das boot setzen und dann ähm hier durch die gegend schwirren cool ne oh scheiße mein boot geht nach oben ich will da unten ich will nicht nach oben steigen mein boot geh weg Luftboot fahren ja man ich gehe an die war hey was sehe ich da ein frisch gezapftes pilz und zwei weizen stehen da der kellner spricht mich an und macht ein angebot es kommt schon aus dem hahn und nennt sich flüssig brot saufen morgens mittags abends ich will saufen wieder die mandarin apple hast du Angst ich habe doch ohne ende gedappt was zur hölle auf geht's ach dafür danke dafür guck mal ja erst 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 noch nicht mehr oder es hat sich gerannt so ja komm lass das h was ich warte warte Ja Keine Waffe und das schießt auf mich und doch steht dran Nice 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 Bis zum nächsten Mal.